Wir wollen uns nach oben etablieren und wollen eine Top-Mannschaft sein. Bei uns kann jeder spielen und wir wollen was gewinnen. Wann hörten wir jemals solche Aussagen? Als er noch da war? Klar, es war schön mit ihm. Aber schaut mal an, was wir jetzt für ein Team haben. Willkommen in Basketball Deutschland 2019. Wir beobachten euch, seit ihr klein seid. Und jetzt spielt ihr mit den ganz Großen und gegen die Stars der Basketballwelt. Ihr genießt es für das, was es ist, weil wir alle wissen, wie wichtig es ist, eine starke Nationalmannschaft in dem Land zu haben und den Sport weiter zu pushen. Pushen, das müssen die sich machen. Sie wissen, was sie wollen. Wissen, was sie können. Wissen, was sie erlebt haben. Also müssen ehrlich sein, das Spiel war verloren. Diese Mannschaft ist etwas ganz Besonderes. Und deshalb, lasst uns alle Teil ihrer Reise werden. Und diese zu unserer gemeinsam machen. Die Basketball-WM in China. Jedes Spiel live und kostenlos für alle. Ab dem 31. August exklusiv bei Magenta Sport. Ohne Abo, ohne Login, ohne Registrierung.